Vor zwei Jahren kam Rasmus Lauger als junger Bekommensspieler aus Dänemark zum Theologieren. Trotz gesundheitlicher Rückschlöge mit zwei Kreuzbandrissen und dem langen Kampf zurück auf das Welt, bezeichnete er die zwei Jahre in Schwarzwald als Klassezeit. Heute verlässt uns Rasmus Lauger mit seiner zweiten deutschen Meisterschaft in Richtung Felsburg. Wir wünschen Ihnen und seiner Freundin Safina alles Gute für die Zukunft und sagen Danke! Rasmus! Applaus